Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Bar des Pokémon Light Platinum Let's Play so what the fuck. Wir spiegeln uns. Ha, wir haben ein Spiegelbild im Schild. Nice. Ja, wir sind gerade im Schneegebiet stehen geblieben. Auf der Route 414 haben wir im letzten Paar Sekrom und Ritchiram. Ja, was haben wir gesagt? Nicht besiegt, aber wir haben gesehen wie sie ein Tänzchen aufgeführt haben. Gegen uns, ja mit uns und mit Arzus, der gemeint hat Dancing Queen, she's that girl, the Dancing Queen. Und dann hat sie den Kopf und bekommen das abgehauen. Naja, das muss mal so sein. Wenn nicht, dann... Naja, vielleicht will sie das Ding jetzt ertöten, weil wir es so auf Übelste beleidigt haben und... Oh, im Keifel. Plane 2. So langsam kennt man die Pokémon, der 5., 4., 2., 3., 5., 320.000 sind aus dem Kopf. Und dann kann ich auch sagen, was hier was ist und ich... Wow. Das ist eigentlich für die Revenge auch gleich schlecht gesagt, aber... Ich lieb Crossjob, ihr wisst es. Und einen wollten so... Äh... Was kann ich da machen? Ich hab grad irre Lust zu drehen. Ich glaub, ich drehe mal eine heute richtige Session, irgendwie 5 Parts oder sowas, weil ich darauf richtig Bock habe. Wenn ich heute Zeit hab, ist das Schöne... Hoppala, dann mach ich irgendwas kaputt, aber das ist doch egal. Boah, 4KP Bonus, nice, Level 50, Langfinger. Das gefällt mir richtig gut. So, wo geht's denn hier lang zur Stadt, zur nächsten... Frozen Lag, Frozen Lag, what the fuck? Also, das klingt ziemlich interessant. Ihr wisst ja, dass dieser Hack echt extrem geil ist. Oh, ist die Junge... Oh, guck mal, die Klingel-Klufe-Jungen, die sagen noch... Nimm mich mit, kauf mich, kauf mich. Naja, nicht ganz, aber... Oh, ist die Schönheit wieder. Ja, keine Schönheit gegen unser Hotty, natürlich. Mann, hier bei uns ist echt alles gestorben. Guck dir das mal an, ey. Ist hier ein Friedhof bei uns im Team, oder was? Wir strahlen nur noch Grabsteine mit uns rum und schmeißen hier unsere Gegner. Hier, das Kreuz! Steinwurf. Hat gewonnen. Ah, herrlich. Genau, ich hab richtig gute Laune gerade und... Auch wenn ich eigentlich... Warum eigentlich? Das sind Ferien. Ich brauch keine Arbeiten schreiben mehr. Boah, nice, Leute. Naja, ich muss arbeiten, das wisst ihr. Das ist die Scheiße, wenn man arbeiten ist und... Da irgendwie... Ja, dann fehlt einem irgendwie die Berufsschule. So zwei Tage in der Woche, oder... Ne, ein Tag war das ja. Einen Tag in der Woche immer Berufsschule und jetzt... Fünf Tage lang arbeiten. Boah, ich hab überhaupt keine Lust. Aber ich freue mich schon extrem auf Szenen of the Chronicles, das RPG, was wahrscheinlich für Pokémon Leopardy kommen wird. Das wird richtig edel. Ich hab gehört, ihr habt da richtig Bock drauf. Ich hab da so ein Voting gemacht und da stand 8 zu 2. Das ist schon ziemlich eindeutig und... Ich hab's mir auch schon vorbestellt, also das ist es nicht. Und wir haben keine... Was sollen wir noch machen? Metal, klar. Jo. Können wir noch machen, ne? Und Speedboost? Ne, leider nicht. Oder Attackbonus. Und... Boah, Leute. Ich wollte noch... Ich hab mir gar zu überlegt, ne? Eigentlich hätte ich ja gar keinen Part gedreht. Ich hätte ja eigentlich nicht zu überlegt. Ja, komm. Ne? Und dann... Ja, Tom fängt an zu regnen und dann hab ich voll wieder in deiner Farm. Ja, ich bin jeden Tag in deiner Farm. Bestimmt ist es eine Stunde oder sowas, um hier ein bisschen fit zu bleiben. Und wir haben Turk besiegt. Wo ist JD? So, was haben wir hier denn? Full Restore. Könnte uns eigentlich helfen. Pp, aber das ist doch... Ich muss nicht überlegen. Genau, können wir jetzt einfach mal benutzen. Earthquake, komm. Jetzt haben wir wenigstens wieder Platz für einen Full Restore. Und oben ist Red, ich seh's. Lass mich verarschen, Red. Er sagt aber nix. Red, wir sind ein Choke. Er sagt auch nix. Okay, dann sind wir eben... What the fuck? Wir können hier nicht mit... Oh, doch. Das ist Diamant, daneben so... Oh, ist das ein Lappen, ey. Ich reagiere nur, wenn du nach unten läufst. Tyranitor, nice. Das könnte eigentlich kein Problem sein. Jetzt haben wir wieder Earthquake zwei Stück. Von daher... Bam, bam, bam. Deadly Arch. Auch trotz der hohen Verteidigung und Sandstorm-Bonus, den wir ja auch gekriegt hätte. Electriff, ne, oder? Ja, genau. Ähm... Ja, sollte Schaden machen ihm. Und da wir einigermaßen langsamer sind, ist es eigentlich egal. Weil eigentlich nichts gegen das Korn könnte, außer Feuerschlag oder sowas. Aber das hat das Ding ja... Nicht in dieser Generation, schätze ich, war das Ding. Obwohl, das wäre speziell... Ne, das wäre richtig speziell. Das müsste ja... Füßig sein und... What the fuck? Da hat's gelaggt. Neulich mal kurz ein... Ach, Quatsch. Scheiß, doch, ich mach ein Cut. Oh, weh, das verschiebt sich die Sound, ey. Dann muss ich das irgendwie wieder per Camtasia verschieben und... Alles scheiße. Alles kacke. Und der nächste Gegner... Das ist Snow King. Das ist was? Das ist was Snow King? Was mache ich in Sachen? Usaren, das ist kein Snow King. Das ist eher so Grizzly Bear. Wo glücklich knuddelnde Grizzly Bear kommt. Was machen wir denn? What the fuck? Was ist hier mit dem... Scheiß PC los, ey. Meine Fresse. Alter, das kann mich auch manchmal aufregen, mein Scheiß PC. Ja, Druckdrehen, Troll bringt dir nichts. Äh, da, 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 da. Eine Metalclaw in der Herstlichkeitsmehr noch. Und? Ne, schade. Boah, drei Angriffe, ey. Flurzel, was ist das denn? Oh, Bojolain, okay. Bojolain. Mal gucken, was machen wir jetzt? Erdbeben, wir können eigentlich nur eine Attacke machen, das ist Metalclaw. Los, Booster. Scheiße. Agilität, okay. Das Ding könnte gegen uns Wasser, diese Nassschweif, Surf, ne, Surfer, erholt auch Surf auch. Crunch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil der Crunch irgendwie eine schlechte Wahl ist, aber der Crunch ist dieser Gen noch speziell ist, macht das doch bei Bojolain doch etwas Sinn. Nicht viel, aber etwas. Gut, der ist dead. Wie sagt Martin's Gebeck und Snorlaxen? Relaxe noch, oder was? Oh, das sieht so knuffig aus, das Ding. Voll fat. Voll dick, Mann. So, Rest, ja toll, das schläft, das Ding. Ein einfacher Counter wäre jetzt eigentlich, meiner Ansicht nach, einmal Swordlands zu machen, weil wenn das Ding aufwachen würde und noch mehr Erholung einsetzen würde, wäre die Runde für den Arsch, also jetzt mit Doppelangriff. Wenn wir jetzt aber das mit Swert, Swert, Swertdance boosten, ist keine Runde für den Arsch, deswegen wird ein glatter Rundet und Down. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, auch wenn das Ding jetzt durchpennt, ist es eigentlich egal. Ja, sollte die Attacke jetzt eigentlich töten. Und ich sag, what the fuck, warum geht das, ey? Mann, das regt mich grad voll auf. Megas, 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 Megas. Und Snow City, Snow City. Oh, wie heißt der, genau, so ein Haspiro, ich mein Haspiro, ne? Und hier, oh, geil gemacht, so ein kleiner Hafen hier, ein Läger. Ich erinnere mich doch ein bisschen an Bitsach, ne? Aber bloß geil, aber mit den ganzen Krähen hier und sowas. Wo man so aufhängen kann. Aufgehangen, cool. Geile Sache, geile Sache. Was ist hier denn? Bootsverein, okay. Hier können wir Boot fahren. Ach, stimmt, da können wir zum Beispiel zu der Wasserstadt zurück. Da waren wir auch schon mal, da konnten wir auch so fahren. What the fuck? Ach, Solana, hey Zero. Yo, moin. Check, 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 check. Ja, hau bloß ab, ey. Lass mich mal ruhig hier reingehen, ey. Lass mich mal heilen, ey. Wir haben seit fünf Parts nicht geheilt, glaub ich, oder so, ey. Oh, es werden unsere Gerabstehen, alle. We, this, this is it. Zit. So, was haben wir denn jetzt hier im Petto? So, wieder unser Savo zieht nach vorne, weil ich ihn nur mein am liebsten mag. Ah, geil. So, was haben wir denn schönes? Da, 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 da. Kommen wir in die Schnee-Arena rein? Jo, eine Schnee-Arena oder was ist das? Das ist mir nämlich doch mega an die Blitzhack-Arena, ey. Aber hier ist kein Arena, Alter, wie es aussieht. Und daher bringt das hier nichts, irgendwie rein dazu gehen. Wo ich das weiß, äh, ganz logisch, weil hier keine Trainer sind. Und wenn hier keine Trainer sind, ist es irgendwie logisch, dass hier nichts ist. Ja, sag ich ja, hier ist nichts. Schade, schade, schade. Ich hätte mir jetzt hier schon einen schönen Zweikampf gehofft. Aber was nicht will, kann ja noch werden, ihr wisst's. Oder nicht. Jetzt komme ich nicht mehr raus, oder was? So, 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 so. Äh, wie soll ich hier rauskommen? Boah, das ist jetzt scheiße. Mann, wie soll man hier rauskommen? Ich hab keinen Plan. Was muss ich hier machen, Lan? Oh, ist das ein Schrott, ey. Das dreht mich gerade total auf, ne? Was soll ich hier auch so irgendwie rauskommen ganz schnell, oder? Das ist jetzt echt Failomania. Hä? Bin ich irgendwie blind, oder bin ich der Einzige, der gerade irgendwie hier... ...die Lösung nicht sieht? Bin der Einzige, ne? Ja. Hä, wie soll denn das gehen? Ich komm... Ich komm... Pff... Äh, der Popel. Was ist das? Wie soll man das denn hier machen? Das ist doch nicht möglich. Das ist nicht möglich, hallo? Äh... 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 Ganz schnell raus, ihr bitte. So ein Crap, ey. Boah. Rote 415. Okay, wo geht's hier hin? Würde mich mal interessieren, was wir hier machen können. Snow. Super Potion, okay. Und ein Trainer. Nice. Wir brauchen mehr Trainer. Wir brauchen mehr Trainer. Und zwar Camilla. Ein Ass-Trainer. Oder nee, nee, gehöre bei das. Oh, Entschuldigung. Ich muss grad mega gerne. Warum? Also, ich bin richtig müde. Ich lebe mich gleich auch wieder hinzupernen. Ich bin richtig, 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 richtig mude. Das glaubt dir gar nicht. Er will 18, was soll das denn hier? Okay, das war jetzt echt ein bisschen strange. Aber, wir nehmen's einfach mal hin. Max-Alexier? Max-Revive, oh. Ähm. Ne, das können wir noch gebrauchen. Kalzium brauchen wir nicht. Das ist da Rotech nochmal. Max-Revive, okay. Love Forest. Okay, was haben wir hier noch? Noch so ein Baum. Snow. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Und dann noch den Snow. Oh, ich weiß gar nicht, was ich mit Com Jing-Zuur und hier bin doch rein. Auch hier ist's hier. In theWA Is 0. Du hast es geschafft, jetzt kommen. Super. Bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla, Bla bla. Blaziellw 식 nodig. Solch aus und aus als 3 Witcher 3, Foot much mehr. Ja, wir können doch Signal Beam machen. Und das Ding kann gegen uns eigentlich gar nichts machen. Korrektur, es kann doch was machen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Crunch kann. Aber wir machen gut Schaden. Du Spasti, warum machst du Synthese? Was soll das? Mann. So. Noch mal Synthese. Hallo, will dich verarschen? Komm, mach's kaputt. Mach's kaputt, Junge. Ach, danke. Jetzt hat er eine B rein, oder was? Titrus-Bere, hä? Was soll ich wohl gerade sagen? Das wäre jetzt echt die Höhe gewesen. Ich halte mich durch eine B rauf. Und das ergibt natürlich kein Blaster. Ist das ein Toter? Tatsächlich. Cool. Ja, wo der Quaster? Was soll ich? Was machst du denn? Was soll das denn? Aber geiles Teamkonstruktion, ne? Zwei Starter. Woo! Woo! Cool. Die machen gut Schaden. Sehr guten Schaden. Ich hab gedacht, das Stoil ist länger der Kampf, aber... Die Waren sind kein Problem für unser Team. Wie können die so auseinanderbersten? Sehr gut. 3.400. Nice. Solana wird besiegt. Juhu! So muss das sein. Ja, genau. Gehen einfach mal hier rein. Bla, bla, bla. Und H1.0.8. Ist das Taucher oder was? Ja, Driver. Cool. Cool, jetzt können wir tauchen. Und was bringt uns das? Absolut gar nichts. Vollheel brauchen wir nicht. Toll. Was bringt uns das Taucher? Eigentlich fast gar nichts, oder? Ich weiß es nicht, meine Freunde. Ich weiß es nicht. Noch so ein Border. Hm, Thunderbolt, komm. Ich sag, Sarotik ist eigentlich eine gute Wahl, ey. Der hat ein guter Movepool eigentlich. Da können wir jedes Pokémon wegsweepen Wasser. Und alle ist eigentlich Shiggy. What the fuck? Warum ist der Shiggy, ey? What the fuck? Das war echt ein bisschen strange, wie nochmal. Aber das ist jetzt einfach mal egal. Egal, der 45, nice. Super. Und Roberto wird besiegt, oder wie das auch immer hieß. Und noch ein Snower. Und wir suchen das Zweite. Letzter Gegner für heute? Jo, würde ich sagen, ne? Der letzte Gegner für heute. Und der hat ein 400-Tor. Mann, ich muss nur echt den Namen merken, ey. Ich hab kein gutes Gedächtnis. Oh, Critical, nice. Cool. Gefällt mir. Daumen hoch. Und noch so ein komisches Ding, wo ich Shiggy gelesen hab. Was das aber nicht ist. Und da macht Thunderbolts. Und Frau Brutzel. Das ist bei jedem Trainer in Stärke. Ob das eine Andeutung ist? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja auch egal. So, und weiter geht's. Und noch ne Themen. Ich glaub, die hatten wir aber schon mal. Ich glaub, die haben wir schon gehabt. Naja. Hier durch das Schneegebiet, lauf ich hier durch... Oh, ein Swipe. Das ist aber Swindu. Oh, wie schütz. Naja, meine Freunde. Ich mach erstmal Schluss. Und sag bis zum nächsten Mal. Vom Pokémon Live Platino. Ciao. Www. Www. Vielen Dank.